Die nächste Gruppe hat sich aber genau auch mit solchen KünstlerInnen beschäftigt. Und das ist die Gruppe Undertune von Melli und Sophie, die sich mit Underground-Künstlern beschäftigt haben. Ich bin nur frei. Vielen Dank, dass ihr präsentiert. Hallo, wir sind Sophie und Melli und wir wollten euch unser Projekt an der Tür vorstellen, an dem wir seit gestern gearbeitet haben. Ja, gleich sollte ein Inhaltsverteilnis angezeigt werden, worüber wir gleich reden. Aber irgendwie wird das noch nicht angezeigt. Also, was wird in unserer Präsentation vorgestellt? Erstmal wollten wir euch erklären, was der Undertune eigentlich ist. Dann wollten wir euch erklären, wie wir darauf gekommen sind, warum Undertune, wieso braucht man das. Dann erklären wir euch, wie wir das erwirklicht haben, welche Technologien wir benutzt haben, welche Programmiersprachen wir benutzt haben. Ja, dann gibt es eine Live-Demo. Ihr könnt live gucken, was wir gemacht haben. Und dann kommt noch der Dick-Gitter-Link. Ein Dankeschön und ein Tschüss von unsererseits. Ja, okay, was ist Undertune? Ich meine, ihr kennt es bestimmt. Also, ihr habt so eure Favorite-Künstler und so, die ihr alle super gerne hört. Aber ihr kennt nicht so, ihr habt nicht mehr Reich, also ihr habt nicht mehr so Künstler, die ihr kennt, die so mehr Underground sind. Wisst ihr, Underground halt. Unbekannte Künstler. Also, es ist schwer, an die zu kommen manchmal. Und ihr habt so, ich weiß nicht, ob es bei euch so ist, aber bei mir so. Ich habe so meine Favorite-Artists und die sind halt, die meisten sind sehr bekannt, wisst ihr. Und Undertune ist dafür da, unbekannte Künstler zu finden. Also, warum Undertune? Also, viele Künstler haben es halt schwer, an Reichweite zu gewinnen. Und, also, wie Melli schon gesagt hat, es gibt viele Interessen, Interessenten, also wie uns beiden. So, ne, und halt, also, oh Gott, mit Hilfe von Undertune kann man so etwas unbekannteren Künstlern finden und sich für diese begeistern lassen. Genau, Leute, womit haben wir Undertune umgesetzt? Wir haben einmal HTML, JavaScript und CSS benutzt. Außerdem haben wir eine Spotify, die Spotify API benutzt, welche die ganzen Daten, die ganzen Informationen zu Spotify hat. Und, also, welche du dann mit dem Code verbinden kannst, wodurch du dann die ganzen Daten kriegst, die du brauchst. Ja, jetzt kommt die Live-Demo. Yippie. Okay, hier ist unsere schöne Website Undertune. Sophie gibt jetzt einen Künstler ein, den sie gerne hört. Und wir gucken, was dabei rauskommt. Okay, Edwin Rosen. Kennt ihr? Kennt ihr nicht? Kennt ihr bestimmt. Ja, Edwin Rosen ist toll. Okay, hier haben wir dann Künstler, die ähnliche Musik machen. Die Genres werden meistens angezeigt. Manche Leute haben irgendwie kein Genre. Von oben nach unten ist es nach Popularität sortiert. Also, ganz oben sind die Unbekanntesten mit der Popularität 26. Und dann ganz unten, was haben wir ganz unten? Ganz unten haben wir Mako mit der Popularität von 67. Ja, ne? Okay. Danke fürs Zuhören. Falls ihr euch den Code anschauen wollt, macht ein Bild davon. Geht auf GitHub und guckt ihn euch an. Danke ans Jungtag-Orga-Team für das Event. Danke an Rebecca, unsere tolle Mentorin, die uns sehr viel geholfen hat. Und danke an Liv, die uns gezwungen hat, diese Präsentation zu halten. Vielen Dank. Noch nicht, Rebecca. Genau. Ja, ich musste die Gruppe ein bisschen zwingen. Aber ich finde es sehr gut, dass ich es gemacht habe. Wie schön. Ihr habt eure Präsentation gar nicht geübt. Und ich finde, ihr habt es genial vorgetragen. Genau, ich habe zwei Fragen für euch. Einmal, was sind eure Top 2 Spotify-Artists? Ihr habt ein bisschen mit der API rumgespielt. Könnt ihr uns zwei Sachen empfehlen? Also, auf was bezogen? Also, allgemeine Spotify-Statistiken? Nein, oder sag jetzt deine Lieblingskünstler. Dann können die Leute im Stream. Vielleicht habt ihr gute Empfehlung. Also, ich höre DevTones und halt Edwin Rosen sind bei mir und bei den Tops. Melly? The Neighborhood und Lara DeRay. Okay, gut. Und dann habe ich noch eine technische Frage. Man hört ja im Moment relativ viel von APIs. Man hat jetzt zum Beispiel gehört, dass Reddit die API so teuer wird und dass deshalb alles nicht mehr funktioniert. Bei Twitter hat man genau das gleiche gehört. Was ist denn überhaupt so eine API? Wir haben heute das erste Mal mit APIs gearbeitet. Liv, bitte. Diese Fragen, die werden mir zu schwer. Möchtet ihr noch was über Spotify? Also, wie ihr an die Spotify-Daten gekommen seid, möchtet ihr darüber noch was erzählen? Was man da für Daten überhaupt bekommen kann? Also, wir haben gegoogelt Spotify-API. Und da war noch eine Seite von Spotify für Developer geeignet. Und da steht halt der Code, den du schreiben musst, um an gewisse Daten zu kommen. Wie zum Beispiel jetzt, wie wir hier haben, wenn du einen Künstler suchst, dass du ähnliche Künstler bekommst. Damit kannst du halt die Popularität von Künstlern, den Namen, die Genres, die die haben. Du kannst auch das Bild von den Künstlern herholen, wenn du willst, also das Profilbild mäßig. Du kriegst da viel, weil raus. Fand ich dir, dass das gut machbar war so? Ist das eine gute Empfehlung auch für andere? Vielleicht, weil mit Musik macht es dir mal direkt viel Spaß zu arbeiten. Ja, also falls ihr Bock habt, so mehr über gewisse Künstler oder so herauszufinden, könnt ihr mal damit rum experimentieren. Einfach Spotify-API googeln. Und da findet ihr schon den Code, den ihr schreiben müsst, Leute. Genau, wenn man dies sagt, funktioniert es schon. Vielen Dank.